Oh mein Gott, Flexi, du hast es geschafft. Ja, und es war nicht mal so schwer. Zurück in seinem Zuhause. Da ist der Pool. Und da gehört er auch wirklich hin. Er geht zurück in sein Zuhause. Werd dich wirklich vermissen. Und ich muss nur sagen, wir sind wirklich traurig. Ihr seht, das Kamin ist traurig. Ich bin innerlich traurig, aber ich weiß, was das auch für mich bedeutet. Heute Abschied nehmen und morgen wieder drüber lachen. Eine Ära geht vorbei. Der Pool ist eingepackt und es ist zu Ende. Puli ist genauso traurig wie ich, Flexi. Gib ihm doch sein Schnulli, damit er nicht mehr so traurig ist. Das ist das Letzte, was er noch hat. Nein, das ist das Letzte, das Ventil. Weißt du, wie wir dieses tiefe, traurige Loch nur überwinden können? Wie denn? Wie soll das bitte funktionieren? Indem wir unseren Pokal von der NDBL 2022 anschauen. Freunde, wir haben gewonnen bei der NDBL 2022. Vielleicht nächstes Jahr auch einen neuen Pool leistet. Ganz genau, Flexi. Deswegen, du weißt, was jetzt ansteht. Weil wir bringen ihn zu Krabi. Das ist schon mal. Wir GRB 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Stop, Flexi, Puli wollte doch eingeäschert werden. Ach stimmt!